Hallo! Hi! Ich bin's doch! So, wie finden Sie's? Sie haben's noch nicht gesehen, glaube ich, oder? Nein, 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 nur die Fotos! Super! So, hier, jetzt haben Sie das! Die Bilder, alles Gute zum Einrichten! Na, super! Perfekt! So! Genau so! Hatte ich mir das vorgestellt, aber haben Sie das sehr gut gemacht. Der Rest ist doch alles prima! Das ist auch schön geworden, oder? Ja! Das ist so eine Teilarbeit, wenn ich sie da, die gut gefüllt wurde, da war jemand mit sehr vielen Bretzen drin, das ist sehr schön! Ja! Sie nehmen ihn da mit her? Genau, genau! Das passt wunderbar! Wunderbar passt her! Das ist sehr schön! Hallo Natascha! Sie sind so alt! Sie sind so alt! Sie sind so alt! Papi, du wolltest auch noch was? Ja! Das ist für Sie zu vieles fürs Bild! Die ganzen hässlichen Sachen weg! Natascha! Natascha! Wie bist du denn professionell? Ich habe ja gar nicht gedacht, dass du so professionell bist! Ich dachte, sie machen mit der Digitalkamera drei Bilder, und dann hat sie es! Ja, voll professionell unterwegs! Schöne Küchen, braucht man schöne Fotos! Ja! Also es kann noch Stunden dauern! Wie sieht es dort aus! So ist es direkt! Nachher, ich will gar nicht erst das Ding dazwischen! Ja, das ist gar nicht so einfach! Immer! Immer was! Super mit Zähnen! Klasse! Das ist doch schick! Oder? Ja! Gefällt es? Ja! Dann blieb auf das Messer, und dann kommen wir raus! Jetzt können wir auch wieder ganz... Nein! Nein! Alles da! Ja! 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 Jetzt jetzt kleinchen Tonnen wir haben können! Ja! Ja! Kleinchen Tonnen! Hm! Super! Danke! Fertig! Danke! Danke schön! War es schon alles? Ich glaube... Es ist überschaubar! Ja! Ja! Die kommen ja eh nochmal... Oder ich hole die Stühle abiert! Irgendwie!